Das ist schon mal das Gerüst für unsere Farm, wenn du vielleicht kommst. Das Gerüst, okay. Heute habe ich extrem viel auf dem Server gemacht. Sehr viel gebaut und so. Ich gebe mir extrem viel Mühe für den Server. Der muss wirklich super sein. Genauso wie ich die Qualität auch von meinem YouTube-Kanal hochhalte. Heute habe ich auch extrem viel geschlafen. Ich bin gerade um 16 Uhr hingegangen bis 22 Uhr. Und ich habe genau zweieinhalb Stunden geschlafen heute. Mein Gott. Naja, aber ich bin da. Darf ich jetzt ein Spiel finden? Da oben ist irgendwie ein Sack. Der heißt Gamer sucht die X. Okay, du weißt, ich habe nicht immer ein Schwert. Komm her, wo bist du? Wir schleichen uns jetzt dann. Okay, dann weiß ich schon Bescheid, du Schwuchtel. Er sieht uns nicht. Sag mir, du bist echt tot. Ich schwör's dir, du bist echt so down. Das glaubst du mir nicht. Komm doch, du Arsch. Komm. Ja, wo bist du denn, du Wichser? Siehst du mich nicht? Siehst du den Balken nicht? Komm doch. Hör auf den Balken. Schau mal runter. Ich bin unter dir schräg. Wo? Wo? Ja, okay. Okay. Ähm, die Lauer kommt. Ich wollte dir eine voller stellen. Sag, wo bist du? Nein. Nein, es ist lang. Fuck, es ist lang. Ja, jetzt hat es bei mir auch kurz geleckt. Nein, es liegt die ganze Zeit bei mir. Nein, ich habe Schuss. Nein, ich habe Schuss. Nein, ich habe Schuss. Ich höre auf. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich bin einfach unten in dem Stollen, wo wir reingegangen sind, am Anfang. Ah, lau. Hey, nicht. Nicht cheaten. Nein, hä? Nicht cheaten. Hey. Ich habe Angst. Okay, chill. Zeig mal, was hast du denn gemacht? Slash Bun. Oh, Digga. Ich glaube, ich hätte gekillt, das glaubst du mir nicht. Ah, ich habe die Lauer wieder. Ich habe mir hier, schau. Mein Gott, Digga. Ich dachte schon. Ich habe mir hier alles voller Lauer gemacht. Ich dachte schon, du lässt die gleich auf mich. Nein, ich wollte einfach den Weg versperren. Du hast mich angreifen. Ey, jetzt hör auf. Warte, ich habe eine Schaufel. Ja, hör auf. Ich habe auch eine Schaufel, aber ich kann nicht. Meine ist cooler. Meine ist cooler. Deine Dummheit ist cooler. Okay, das lag. Mach du. Oh je. Ich mache den Weg zu, äh, auch Sicherheitsgründen. So. Loll, in deiner Form kommen wir aus. Ich dachte. Bin mir leckig bei dir nicht, Allah? Nein. Kannst du dein Video sehen? Kannst du dein Video sehen? Nein. 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 Okay, jetzt schmeiß ich zuerst einmal die Diamanten. Jetzt brauche ich Erde. So, wie viele Diamanten haben wir jetzt? 13. 13? Nice. Kannst du mir gleich einen geben, damit ich mir gleich eine Schaufel machen kann? Nein. Wir verschwenden unsere Diamanten momentan nicht. So, ähm. Das Portal mache ich. Jetzt schon? Einfach mal das Portal machen. Digga, jetzt schon? Jetzt werde ich einfach mal das Portal machen. Ich werde es noch nicht aktivieren. Okay, ähm. Dort oben. Dort oben. Okay, aber gib mir mal bitte jetzt Erde. Nicht weggehen. Nicht weggehen Erde, Erde. Ich puber dich in die Erde. Okay, mein Freund. Das war ja zu viel. Des Guten. Gib mir so viel du hast. Also alles. Zweieinhalb Stack. Ja, dann gib mir mal bitte noch ein Ding. Einen Diamanten. Dann gehe ich mir eine Schaufel machen. Nein, du machst jetzt keine Diamantschaufel. Weißt du, wie teuer Diamanten sind? Und wie wenig eine Diamantschaufel, äh, Haltbarkeit hat? Wir warten, bis wir Zaubertisch alles verzaubern können. Und dann bessere Haltbarkeit haben oder so. Okay, Heinz. Ich vergeute, ja, ey, ich will nicht tausendmal meinen. Ich will meine Diamanten nicht vergeuten. Sorry, aber... Na, passt schon. Es ist das einfach ein Gesetz von erfahrenen Minecraft-Spielern. Passt schon, passt schon. Kennst du dich mit Redstone-Leitungen aus? Verlegung? Ich kenn mich schon aus, aber ich mach's nicht. Doch, ich wüsste nicht davon, dass du's gleich machen musst. Das hasse. Ist das okay, wenn du's gleich machst? Wie erst mit Nein? Ich hab vergessen, wie das geht, erstmal ohne Spaß. Ich hab's echt vergessen. Das hab ich jetzt gemacht. So, jetzt. Wer ist ja dein bester Abonnent zur Zeit? Meine Grossmutter. Oh, eins, zwei, drei, vier. Ist das drei hoch oder vier hoch? Vier hoch, oder? Hier hinten? Das Portal ist doch vier hoch. Ja. So. Wie, es ist falsch. Ja, es ist falsch, oder? Ey, das mit deiner Oma gerade, war das gerade ein Scherz, oder war das...? Nein, natürlich war es ein Scherz. Ich bin am Denken. Lass mich mal denken. Aber es geht, glaube ich, auch so. Also, war das jetzt ein 1.6-Update oder ein 1.7-Update, wo das Portal so groß sein kann, wie man will. Ich teste es einfach mal aus. Gibt's hier irgendwo Gravel? Ich brauche einen Feuerstein. Cool. Hm. Hm. Nirgends. Nirgends. Warte, das unten. Nirgends. So. Jetzt wieder hoch. Hm. Wo bei uns war heute Fastnacht. Der Umzug. Habt ihr bei euch eigentlich auch Umzüge so? Weil in Deutschland ist es ja nicht so bekannt, dass man Umzüge macht. Hä? Warst du das nicht bekannt? Gibt es bei euch auch Straßenumzüge bei Fastnacht? Bei Fastnacht? Fastnacht. Was ist das? Okay. Ich kann es noch verstehen. Du bist Muslim. Ich bin gar kein Muslime. Du bist kein Muslime? Nein. Du bist was? Jeside. Aha. Okay. Fastnacht ist die Fastenzeit von dem Christentum. Ach. Ja. Fastnacht, Junge. Du sagst Fastnacht. Heißt es Fastnacht? Du hast gesagt Fastnacht. Fastnacht. Das heißt Fastnacht. Auch in Deutschland heißt es Fastnacht. 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 Das ist einfach. Ja. Man sagt nicht Fastnacht. Oder Karneval. Ich geh mal rein. Wir spawnen in einer Höhle. Mit Quartz. Ähm. Spawn. Lp. Net. So. Damit ich wieder zurück finde. Jetzt nehmen wir ein bisschen Quas mit. Oder Quartz. Quartz. Wie eine Schlange. Tss. So. Der arme G hat sich gemutet. Nein. Wollte ich einfach mal austesten. Ah fuck. Weil ich halt das Rauschen jetzt nicht mehr höre. Okay. Er konnte irgendwie sich selber nicht leise machen. Aber wenigstens hat er das Rauschen abstellen können. Und ja. Es ist halt ein bisschen lauter. Vorher war er ein bisschen leiser als ich. Also in der vorigen Aufnahmesession. 46. Lowstone. So ist es perfekt. Wie kann man eigentlich die Farbe ändern? Center. Next. Marker. Groups. Selected. Marker. Also. Haus 1. Bauen. Netter. Mach ich jetzt mal. Orange. Das passt zum Netter. Zum Netter. Das ist ja nicht. Erstmal. Ich verschlacke ich mein PC. Jedes Jahr sterben 2000 PC's an widerwilliger Gewalt von kleinen kindischen Neffensegen. nerfensegen bitte unternehmen sie etwas liken sie dieses video es werden 50 euro an shihak gespendet damit er endlich mal seine aggressionen nicht mehr an seinen pc auslassen kann pc 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 das ist halt dialekt du hast auch dialekt doch du hast dialekt lol ich bin irgendwo im nirgendwo gespawnt als ich zurückgehe ich bin in einer anderen welt gespawnt ich bin im ich bin in der farm nein ich bin in der spawne welt gespawnt nice also ich muss leider cheaten aber ich bin wieder zu wenig wenigstens haben wir ein portal mach dir am besten auch ein home hier wenn du schon hast und wenn du nicht hast dann hast du halt pech gehabt also dann wenn du vom netz heraus gehst musst du halt home eingehen so und jetzt machen wir das sehnis wir machen etwas sehnis buch 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 b Lederriemen-Check oder Bill, genau, Lederriemen-Bill. So, jetzt machen wir ein Begeg, ein Begezaubertisch. Die Begeg, Enchanter, Achievement. Wir machen Gd. So, irgendwie in die Farm rein, ein Begeg. Wo soll ich denn hinstellen? Ich weiß wo. Wie findest du die Farm jetzt so? Schrecklich. So, wenn sie fertig wird, wird die Übelz-Ultra-Geld, muss man schon sagen. Und letztens gab es ein Leck, das war von Fraps. So, Diamants-Spitzer. Beleg auch gerade, was ich im Spawn bauen soll. Hm. Was machst du jetzt, Trago? Eine Spitzhaug-Effizier. Machen wir das Haus weiter oder sowas? Effizienz für 6, ey Gott. Ja, ich hab momentan kein Bock zu bauen. Ich hab mit meinen... Ja, es gibt eben nur bis 6. Weil ich noch keine Bücherregale hingetan hab. Wir haben schon Zuckerroll und Leder haben wir auch schon. So habe ich. Ja, dann mach du Bücherregale, genau. Mach du. Ja.